So, da bin ich auch schon wieder zurück. Ihr seht, ich habe nicht viel geschafft in Mario Kart, aber wir sind auf einem guten Weg. Ich habe ja gesagt, die 8000 sind natürlich das nächste Ziel. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber ich hatte ja geguckt wegen Day in Light, oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Das war ja schon im Angebot, sah ich jetzt mal für 10 Euro, hatte ich euch den Link reingepostet. Aber selbst bei Switch-Spielen, also auch Mario Kart, ich kann es euch mal ganz kurz zeigen, selbst da ist MMUGA noch günstiger. Wenn ihr euch das Spiel zum Beispiel, nee im Laden, klar, im Laden könnt ihr nichts machen, aber wenn ihr euch das online kauft, bekommt ihr halt hier dann nochmal einen Rabatt. Der kostet, also im normalen E-Shop, habe ich nämlich eben extra nachgeguckt, kostet es halt wirklich konstant 60 Euro. Hier habt ihr das Ganze natürlich nochmal für 53 Euro, also wer Bock hat sich das Spiel zu holen oder andere Sachen, guckt euch einfach mal um. Wie gesagt, den Link für Mario Kart selber, hau ich einfach mal in die Videobeschreibung rein, könnt euch ja gerne mal umgucken. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Livestream, ihr wisst ja auf Twitch, Kart 8-6. Wer mitspielen will, einfach Freundschaftsanfrage schicken, ich mache nochmal gerade den Bildschirm an, pausiert einfach das Video, oben rechts steht der Code. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis gleich. Und in Sinne würde ich sagen, bis gleich.